Der 2 plus 4 Vertrag war auf internationaler, völkerrechtlicher Ebene die Grundlage für die deutsche Wiedervereinigung 1990. Aber was genau steckt hinter diesem seltsamen Namen? Und was stand eigentlich im Vertrag? Die Antworten auf diese Fragen erhaltet ihr im heutigen Video. Viel Spaß! Erstmal ganz kurz eine historische Einordnung. Der 2 plus 4 Vertrag regelte die deutsche Wiedervereinigung und wurde im September 1990, also nur knapp einen Monat vor der offiziellen deutschen Wiedervereinigung, unterzeichnet. Zuvor war im November 1989 die Mauer in Berlin gefallen, es gab die ersten freien Wahlen in der DDR und die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion wurde beschlossen. Ein ausführliches Video zum Ablauf der deutschen Wiedervereinigung findet ihr auf dem i. Der Name 2 plus 4 Vertrag bezieht sich auf die Unterzeichnerstaaten des Vertrages. Dabei waren die zwei deutschen Staaten BRD und DDR und die vier Besatzungsmächte Großbritannien, Frankreich, die USA und die Sowjetunion vertreten. Aber warum mussten die Besatzungsmächte einer Wiedervereinigung Deutschlands eigentlich zustimmen? Schließlich waren die beiden deutschen Staate ja eigentlich souverän, das heißt, dass sie selbst über ihre Angelegenheiten entscheiden durften. Naja, das stimmt nur so halb. Zwar waren sie souverän, aber auf der Potsdamer Konferenz 1945 war festgelegt worden, dass die Besatzungsmächte über eine deutsche Wiedervereinigung entscheiden konnten. Dieses sogenannte alliierte Vorbehaltsrecht wurde auch in den Pariser Verträgen von 1954 und 1955, in denen die BRD ihre Souveränität fest, vollständig zurückerhielt, aufrechterhalten. Hier heißt es wörtlich, im Hinblick auf die internationale Lage behalten die drei Mächte die bisher von ihnen ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes, einschließlich der Wiedervereinigung Deutschlands und einer friedensvertraglichen Regelung. Mit dem 2 plus 4 Vertrag wurden diese alliierten Vorbehaltsrechte nun aufgehoben, das heißt, dass das neu entstandene vereinte Deutschland nun vollständig souverän war. Außerdem gilt der Vertrag als endgültige Friedensregelung nach dem Zweiten Weltkrieg, denn einen richtigen völkerrechtlichen Friedensvertrag hatte es zuvor nicht gegeben. Die vollständige Souveränität Deutschlands und der Abzug sowjetischer Truppen aus dem Osten ist sicher der wichtigste Punkt des Vertrages. Sozusagen im Gegenzug dafür musste aber auch Deutschland Versprechen machen. Die Grenzen Deutschlands, auch die anfangs sehr umstrittene Ostgrenze, wurden als endgültig anerkannt. Man bekannte sich zum Frieden und verzichtete auf ABC-Waffen, also atomare, biologische und chemische Waffen. Deshalb hat Deutschland heute, anders als z.B. Frankreich und Großbritannien, keine Atomwaffen. Des Weiteren wurde die Armee, also die Bundeswehr, auf 370.000 Mann limitiert. Nochmal eine kurze Zusammenfassung zum Schluss. Der im September 1990 unterzeichnete 2 plus 4 Vertrag regelte die Wiedervereinigung Deutschlands völkerrechtlich. Der Vertrag wurde von den zwei deutschen Staaten und den vier Besatzungsmächten unterschrieben. Inhalt des Vertrages waren neben der vollständigen Souveränität Deutschlands, also der Aufhebung der alliierten Vorbehaltsrechte, das Bekenntnis Deutschlands zum Frieden, der Verzicht auf ABC-Waffen, die Reduzierung der Truppenstärke und die endgültige Anerkennung der gesamtdeutschen Grenzen. Das war's mit dem heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Rückmeldung da und abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen.